gut aufnahme läuft stream läuft wir sind live auf twitch und im youtube let's play machen wir mal ein bisschen weiter was stand dann hier noch an eine ganze menge zeug haupt quest war nach meridian das ist eine dlc das wissen wir noch nicht wie das geht suche das verlorene dorf ach so das war ich erinnere mich lege mal gerade hier war noch ein banditenlager das gerade gucken von wo sind wir denn gekommen nach von hier genau genau hier warten irgendwo noch nie auf uns um die kleine blume einsammeln auf dem berg wenn ich gerade eine kleine rückreise vielleicht eine blume einsammeln auf dem berg dieses komische dorf da untersuchen das da könnte mich direkt dahin begeben wie wäre das glaubt das machen noch genug schnellreise paket die werden doch irgendwann sagt man erfahrung die ganze menge von uns später geht das mal schnell schief ärgert man nicht wenn man keine mehr hat ich glaube die hätte so schön bei euch um alle hand tiere da werden wie das fleisch zeug und sowas deswegen schadet nicht dazwischendurch mal alle hand gefiecht mitzunehmen hier müssten die maschinen auf hauptmann balance patrouille getroffen sein ja elo das bei elo elo das kann sein ich will mal ganz kurz gucken auch junge kleine nervensäge ja genau da brauche ich mal fettes und knochiges fleisch im moment habe ich aber eine ganze menge davon da muss ich mir gerade gar nicht so sorgen machen trage kapazität da fehlt allerhand fischgeräten fertigkeiten zwei punkte ich wollte für irgendwas sparen was war das denn nochmal dann glaube ich hier für das ist alles cool das ist alles cool und sonst was mehr hochstiftung blöde ich sag das nur dieser kran also überbrücken mache ich selten reparieren sowieso nicht das ist noch nicht verkehrt das ist echt nicht verkehrt hier inventar höhen für ressourcen das sollte ich vielleicht auch zügig mir aneignen ähm haben wir irgendwelche tutorials was schattenjägerbogen und schattenschafflussbogen das soll ich euch auch mal noch mit befassen es gibt ja mal net erfahrungspunkte die anderen haben sich zurückgezogen aber wohin warum habe ich denn schon so viele musik sind hier maschinen und ich rum das ist da unten das ist da unten ich will dir nix ich will dir nix das ist ein ich will da greifen ich tatsächlich an na dann ich wollte denn doch gar nichts Ein echter Glücksfond. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Das ist ein Räuberkang, das ist er, der Räuber vorzunehmen und noch immer noch Zeit zu nehmen. Das ist das Maschinen, das ist es, ein Räuberkang. Der Läuberkang zum Rauch hier ist, dass man die Töne in einem Kaja erwischt. Überall oben. Er hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Die ist auch alles anders freundlich. Schnapp mal, sind so richtig kleine Assis. Was ist das? Ich bin vorne. Ich gab dem Biest den Rest. Doch dann verpasst ich das fest. Ich lande ins Vierfass ohne Unterlass. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Okay. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon kann ich deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Finde den Bogen. Bitte. Ich hole ihn. Aber bitte. Sing nicht mehr. Was nennst du singen? So, was nennen wir Krakeel nicht mehr? Wollen wir noch mehr von der Sorte haben? Oh ja. Wächter auf der anderen Seite. Scheiße. ich will nur ich dass mir gleich von hinten und hinten anfallen gucken oh ich glaube das wird mit dem hier nix naja es ist nicht der passende gegner für der lustigen andere gegner ich wollte nicht in der fremde sterben wie meine männer möge die sonne mit ihnen sein und so Nix? Okay. Ey Leute, deine Sorgen möchte ich haben. So, lass mal ganz kurz gucken wohin. Hier ist Straße auf Wegpunkt. So, lass mal ganz kurz gucken. So, lass mal ganz kurz gucken. Sagt, fand er nicht so witzig. Der Gegner hat mich im Visier. So, lass mal ganz kurz gucken. So, lass mal ganz kurz gucken. Okay, das obendrauf war offensichtlich kein Elementbehälter. Sollte ich jetzt mal ein bisschen genauer hingucken, was ich da nicht abschieße. Oh, der falsche Pfeil, super. Oh, der kriegt zu viel. Ich hab mich aber leider gesehen. Ich hab' zu weit weg. Ich hab' zu weit weg. Ich hab' zu weit weg.